Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4093 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hast du mein neuestes Tattoo-Design gesehen? Wie gefällt es dir? Hast du mein neuestes Tattoo-Design gesehen? Wie gefällt es dir? Zu Hause fühle ich mich am wohlsten. Hier habe ich alles, was ich brauche. Zu Hause fühle ich mich am wohlsten. Hier habe ich alles, was ich brauche. Zu Hause fühle ich mich am wohlsten. Hier habe ich alles, was ich brauche. Endlich ist es soweit. Wir freuen uns gemeinsam über den positiven Schwangerschaftstest. Endlich ist es soweit. Wir freuen uns gemeinsam über den positiven Schwangerschaftstest. Endlich ist es soweit. Wir freuen uns gemeinsam über den positiven Schwangerschaftstest. Ich schreibe meinem Freund Patrick einen Brief. Ich habe den Führerschein erst seit wenigen Tagen und bin noch sehr unsicher beim Autofahren. Ich habe den Führerschein erst seit wenigen Tagen und bin noch sehr unsicher beim Autofahren. Warum gehst du nicht nach Hause? Wir wohnen direkt nebenan und freuen uns auf die neuen Nachbarn in unserer Straße. Wir wohnen direkt nebenan und freuen uns auf die neuen Nachbarn in unserer Straße. Wir wohnen direkt nebenan und freuen uns auf die neuen Nachbarn in unserer Straße. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Darauf habe ich lange gewartet. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Darauf habe ich lange gewartet. Ich bin so froh, dass ich dieses Ziel endlich erreicht habe. Ich bin so froh, dass ich dieses Ziel endlich erreicht habe. Morgen beginne ich meine Arbeit in einem neuen Team, das meine Fähigkeiten zu schätzen weiß. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich schaue mir gerne die Fotos aus dem Familienalbum an, auch wenn manche schon 50 Jahre alt sind. Warum sitzt du so spät abends noch am Laptop? Bist du nicht müde? Warum sitzt du so spät abends noch am Laptop? Bist du nicht müde? Petra führt eine jährliche Sicherheitsinspektion des Gebäudes durch. Petra führt eine jährliche Sicherheitsinspektion des Gebäudes durch. Petra führt eine jährliche Sicherheitsinspektion des Gebäudes durch. Tagsüber sitzen wir oft auf der blauen Holzbank und beobachten die Passanten. Tagsüber sitzen wir oft auf der blauen Holzbank und beobachten die Passanten. Maria hat ein Glas mit Honig in ihrer linken Hand. In der rechten Hand hält sie einen speziellen Löffel. Maria hat ein Glas mit Honig in ihrer linken Hand. Maria hat ein Glas mit Honig in ihrer linken Hand. In der rechten Hand hält sie einen speziellen Löffel. Weißt du, wo meine braune Reisetasche ist? Ich will sie morgen mitnehmen. Der Zug hat Verspätung. Ich bin in einer Stunde zu Hause. Der Zug hat Verspätung. Ich bin in einer Stunde zu Hause. Ich habe ihn durch meine Nachricht schockiert. Das war nicht beabsichtigt. Ich habe ihn durch meine Nachricht schockiert. Das war nicht beabsichtigt. Ich will keinen Spinat essen. Ich will Pommes. Ich will keinen Spinat essen. Ich will Pommes. Ich will keinen Spinat essen. Ich will Pommes. Wir haben die defekten Server ausgetauscht und neu verkabelt. Das System funktioniert jetzt optimal. Samira hält einen roten Hut in ihrer rechten Hand. Samira hält einen roten Hut in ihrer rechten Hand. Samira hält einen roten Hut in ihrer rechten Hand. Ich werde deinen Vorschlag sorgfältig prüfen. Ich werde deinen Vorschlag sorgfältig prüfen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich werde deinen Vorschlag sorgfältig prüfen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.